Das ist ein, oh, ein sehr übles Mysterium hier in diesem Spiel mit dem Sound manchmal. Das ist falsch, hat der gesagt. Es ist falsch, oh, das war falsch, du Blödsack. Die Battleskrieger, die hauen uns so. Keine neue Waffen gibt es für uns. Jetzt fallen die ganzen neuen Waffen da unten. Was ist das für ein, für ein, kommt jetzt ein Helikopter-Badass-Krieger? Ein Belikopter? Ein Belikopter? Ein Helikopter. Der Belakopter kommt. Der Bärlauch. Gibt es nicht Bela? Der Bärlauch-Kopter. Bärlauch-Kopter. Der Bärlauch-Kopter, yeah. Bärlauch-Kopter. Bärlauch-Kopter. Ich habe keine Ahnung, wie Bärlauch schmeckt, aber es hört sich sehr eklig an, weil es Bärlauch heißt. Weißt du, als wäre das... So eine Mischung aus Bär? Hier sind dicke Grenades. So eine Mischung aus Bär? Granaten, Leute. Granaten, Leute. 1503. Ach, lässt er mir so einen Müll liegen. Kommt sie näher, kommen sie ran. Wie? Oh, hier. Fahrstuhl für jede Augen. Fahrstuhl mal. Schauspielern. Alter. Das ist sein Lieblingsspiel. Kämpfen bis zum Ziel. Aber was beten die an? Eine tödliche Kreatur? Ein Hyperion-Killer-Bot? Sie beten da hinten was an. Ein Eingang. Oh, ein großes schwarzes Loch. Bringt euch in Sicherheit. Nee. Was? Oh, nee. Nicht der Gott, den ich erwartet hatte. Oder wusstest du, dass ich hier Urlaub mache? Ich hab mich an Bord der Ashes S Terminus gestohlen, um mal nicht zufrieden zu sein. Hör zu. Ich weiß, ich bin dein bester Freund. Aber manchmal muss ich einfach ausspannen. Und mich von Typen anbeten lassen, die so aussehen wie dieser Mann, der Kind hast. Was sagst du da? Claptrip, was tust du? Sei still. Was denn? Ich sag nur, dass wenn es eine Skala für menschliche Wahrscheinlichkeit gäbe, das Chip, dann geht was. Ich sag nicht nur, dass ich das gespräch hätte. Ich sag böse Worte. Auch hin. Waaah, Hilfe. Waha. Ich sag bitte so Worte. Wieso schießen sie zuerst auf mich? Vielleicht, weil sie das Böse in der Gruppe erkennen. Ich will den Verehrer treffen, der... Oh, welchen? Dein? Der hieß Verehrer. Ich will nicht den Schönern nehmen. Das schreiende Geschrei des Gotteslästerers kommt von dort drüben. Oh. Auf jeden Fall habt ihr's gehört. Ups. Da kommen sie. Wir müssen weg. Wir haben Mist gebaut. Was? Warum? Ein Claptrap. Der flieht. So. Ich dachte, ich hab Mist gebaut. Boah, wir werden als Jackmörder abgestempelt. Oh nein. Aber warte, ich steh dazu. Ich erinnere mich noch an die weisen Worte. Und zwar, hätte, hätte, zahlt keine Rechnung, lieber Jack. Und dann war er tot. Oh, und dann gehört auch. Ich hatte einen Diamant-Pony. Der reich ist. Ich hab auch was aus Diamant, aber es ist kein Pony. Dein goldener Keuschheitsgürtel. Dein Diamant. Ich darf darüber nicht sprechen. Das ist Geheimhaltungsstufe G14. G14. Passier, Schein A. Ich bin total richtig. Dretze Claptrap. Nochmal. Machen wir das ständig irgendwie, oder nicht? Der ist Claptrap. Oh, voll auf Claptrap geschossen. Oh, Clappy. Schluss mit lustig. Ey, wie viele? Einige. Aber es sind wenigstens nicht wieder nur Badass. Schlucki. Schlucki, Schlucki. Wie viele Untertanen hat der Clappy denn? Genug offensichtlich. Oh, jetzt kommt die Badass wieder. Ja. Leider. Ich werde zusammengeschlagen. Oh, nein. Kriegst du's hin? Füllt der Renni hier. Warum ist der BD jetzt auf einmal auch so stark? Ich mach nur noch so 3000 Schaden bei denen. Keine Munition mehr. Faust-Party hat einer gerufen, ey. Faust-Party. Das ist super, ey. Eine Faust-Party, ey. So läuft's im Regen, ey. Schlucki, Schlucki. Au. Oh, noch so ein blöder Badass. Ich hab irgendwas Lilanes aufgehoben. Ich hab'n Skin aufgehoben. Ich hab'n Skin aufgehoben. Ey, das gibt's doch nicht. Man muss den wirklich nur auf den Kopf schießen, dann geht's oder so. Aber bei den Leuten mit Schild gar nicht so leicht, die irgendwie... Also vor allem mit der... Mit der Shotgun geht das nicht. Wieso kommen denn aber auch so unendlich viele? Damit das Add-on möglichst lange geht. Damit nicht klar wird, dass es... du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Das war ein Badass. Wollt ihr mich verarschen? Aua, was hat der getan? Der ist ja so gemein. Ich kann den so schön ausweichen. Ihr müsst nur irgendwo oben rauf springen. Ja, aber dann fangen die an, Sachen zu werfen. Oh, ich hab' keine Munition mehr. Das ist natürlich jetzt schlecht. Was habe ich denn noch? Vielleicht soll ich den einfach mal ein bisschen vergiften. Den habe ich noch. Ja, der zieht, wa? Der war mein Liebling, auf jeden Fall. Na, komm, oder ist jetzt Schluss? Ich weiß nicht, ich werde verfolgen. Nee, mein Kreis ist noch einer. Wo ist der Kreis? Ich bin hier. Der Kreis des Vertrauens. Da kommen nur die Besten rein. Was ist das zu tun? Lass uns reden. Warte mal, jetzt muss ich mal ganz kurz hier Lucky Lucky machen. Meinst du, der Handsome kommt noch mal wieder? Handsome Clones? Super, ey. Vorher zu schnell du abdrücken kannst. 1.139 Schaden, aber nur 11 Schuss im Magazin. Ist auch ein Sitz. Propellerbot Skin-Anpassung habe ich gefunden. Schalte diesen Skin für das Catch-a-Ride-System frei. Okay, dann will ich. Ist denn der Propellerbot? Ich habe auch eine. Ich habe auch den Propellerbot. Einfach mal alles freischalten hier. Ach, das ist das Propellerboot. Doppel-O. Nicht Bot. Da habe ich aber letztens dann einen Fehler gefunden in der deutschen Sprache. Alles machen sie so extra, damit du jedes einzelne Wort hauchgenau vertonen kannst irgendwie. Aber bei dem Wort Sucht und Sucht gibt es gar keinen Unterschied. Das ist ja frech. Ja, ne? Da muss man immer erst gucken, ob der Mann da gerade von seiner Sucht redet oder ob er nur irgendwas sucht. Ja. Gibt genug Leute, die Cola suchtig sind. Cola suchtig. Sucht meine Cola, sagt er. Und dann trinken alle auf einmal seine Cola. Und dann regt er sich auf. Beschützt Claptrap mal wieder. Du hast Claptrap gefunden und gerettet. Was hast du nur getan? Boah, das nimmt ja hier ungeahnte Ausmaß an. Ich häng fest. Old Perky. Nakayama-Rama. Kenne deinen Feind, Untertan. Wenn du Professor Nakayama erledigen willst, solltest du so viel, so kannst du über ihn erfahren. Ich glaube, er hat ein paar seiner Audio-Tagebücher verloren. Finde sie. Na, super. Oh, ich habe wieder voll viele Dings, ey. Token. Es hat sich ausgepinkelt. Im Wald sein Revier markiert. Ich habe eigentlich keinen Geruchssinn. Aber ich verfüge über genug Selbstachtung, um was gegen Leute zu haben, die mein Eigentum vollpinkeln. Du musst das nicht für mich abwaschen. Aber das geht nur nachts. Tagsüber ist Skankpisse unsichtbar. Puh. Und der Ragdalia-Mord. Hey, du und Hammerlock, ihr habt ohne mich Freundschaft geflossen, weil dich losschickt, um Viecher zu killen, oder? Na und schon, das kann ich auch. Ich habe irgendwo ein Rack gesehen, das man nur mit was Hellem und Laudem anlocken kann. Mit Schießpulver zum Beispiel. Los, treib welches auf. Schießpulver. Klau die Rakete. Klau die Rakete. Ragdalia-Morde. Wir müssen ihn aufklären. Gab es denn nicht diesen, worauf im Prinzip hier L.A. Noire basiert? Oder auch, oder L.A. Noire, die spielen das auch an. Ich weiß aber nicht, wie es Original heißt. Ich glaube, das ist die Black Dalia, heißt sie. Das war so eine Frau, der hat da irgendwie, ne? Ja gut, das will ich jetzt nicht unbedingt näher beschreiben. Googles einfach selber. Das ist nämlich nicht schön, was da passiert ist. So, wie kommen wir jetzt hier weg? Wanderung. Oh, neue Belohnung. Wir genießen gar nicht die Aussicht hier und... Wir müssen irgendwie außenrum laufen, ne? Wir müssen laufen. Außenrum. Ich habe hier irgendwas... Guck mich an. Super. Da unten ist eine große weiße Hand. Das ist doch immer ein gutes Zeichen, oder? Groß und weiß in der Hand. Fräch, wie kommt man denn da hin? Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob wir uns trauen sollten, hier runter zu springen. Weil wir müssen nach da hinten, da irgendwo hin. Dann würde springen wir jetzt hier einfach runter. Das ist normal, runter und unten, weil da geht es natürlich auf dem Gebiet nichts zu tun. Am besten zu so einer Autostation. Egal, ich laufe schon mal von... Am besten zu so einer Autostation. Egal, ich laufe schon mal. Ne, ich glaube, man muss hier voll den geheimen Weg laufen. Da runter hüpfen und dann da rüber. Ich mache das jetzt. Ich mache das voll skillig. Oh, 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 ich fall hier runter. Wo seid denn ihr hingegangen? Wo bist du? Komm mal runter hier. Ich werde angelasert. Achso, ich komme runter. Achso, das bist ja du. Warum laserst du mich an? Steig ein. Ich kriege Blitze. Wir werden elektrifiziert mal von irgendwas. Toll. Hier sind so Elektro-Bälle, die kommen hier. Ach, die? Ja, Darlucan hat uns alleine gelassen. Oh, ich bin tot. Ich auch, er hat mich überfahren. Drecksack. Hä? Und dann bin ich auch direkt gespawnt neu. Ich hatte gar keine Chance. Ich habe hier noch die Möglichkeit zu kämpfen, aber die sind viel zu schnell für meine Kanonen. Boom. Die Hyperion Corporation geht davon aus, dass sie nichts dafür konnten. Wir gehen davon aus. Das ist fucked. Ich bin wieder da. Ich sehe das Luftkissenboot da rumfahren. Es fährt immer um den Felsen und jagt den Schmalspur-Card. Der könnte das Teil mal abschießen. Das hat kein Damage. Ich habe kein Damage. Ich habe gar nichts. Oh, jetzt wurde ich überfahren. Werd hier noch mitten in die Wallachei geschoben. Hallo? Drecksack, nicht neu. Das kostet Cash, ey. Nehmen wir mal Schock. Wir haben doch hier noch einen neuen. Magnetischer Stift. Inferno oder Plasma Blau? Ich nehme es Inferno. Inferno oder Plasma? Plasma Blau. Ich hatte die Wahl. Boah, voll die Aggressiven. Warum zieht ihr so viele Boote? Oh, und? Badass, wilde Ra. Also was die auf jeden Fall viel haben hier, sind Gegner. Massig an Gegner. Und zwar so wahnsinnig starke Gegner, dass es dann schon irgendwann schon mal... Hier, einsteigen. Oh, ich bin ein Trämpfer. Oh, ich bin ein Trämpfer, hallo. Ich komme nicht rein. Steigen Sie ein hier, junge Frau. Ich bin drinnen. Ich bin drinnen. Drinnen. Oh, toll für die 10 Meter. Dann schieße ich jetzt hier mit den Elektro-Bolzen rum. Warum bolzen die nicht, die Elektro-Dinger? Ach, guck mal jetzt. System-Absturz. Vor allem hier die Badass-Krieger, weißt du? Auf die habe ich ja eigentlich gar keinen Bock. Es gibt ja auch nur 10.000. Das ganze Lager ist voll mit denen, ey. Und wir kriegen keine neuen Waffen, die ordentlich Schaden machen. Schlucki, Schlucki. Er hat gesagt, du sollst deinen Maul halten. Aufwünschen zu machen. Nur, weil ich Schlucki, Schlucki sage. Schlucki, Schlucki. So, jetzt werfe ich aber auch mal wieder ein bisschen. Ach, ich habe gar keine Granaten. Was gibt es da nicht? Wie viel Schaden die aushalten? Es ist Zeit. Zeit für was? Zeit für was? Von... Genau. Von Far Cry? Nein! Oh. Oh, ich wollte schon sagen, ey. Kotz den Hass aus! Bei mir hat er gesagt, friss die Aggro. Bei mir hat er gesagt, lokalisiere das. Kotz den Hass aus. Los, tu es! Schön. Da oben kommt noch einer. Da habe ich schon wieder keinen, keinen, keinen Tod mehr. Also bei mir ist noch alles so.